Die vier Neufel der Tannung und die Delta T, der Energiewertrag von tetraidischer Komplexe, ist kleiner als die spin-parungs-Energie, deswegen auch die tetraidische Komplexe immer in high-spin-komplexe ordiniert. Und auch in tetraidischer Legandelfeld tritt sich in tetraidischer Legandelfeld eine Auspaltung der fünf Energiewertragenden der Orbitale in zwei Energieverschiedene Gruppen von D-Orbitalen auf. Dort sind hier wegen der vier nähernden Leganden die T2-Orbitale energiereicher als A-Orbitale. So, ich habe euch einmal erwähnt, dass es für die Übergangsmetall-Ionen mit vier bis sieben D-Elektronen zwei mögliche Anordnung gibt. Und zwar, man beteignet die Anordnung bei der das Zentral-Ion, die größmögliche Tal und die Fase D-Elektronen, besitzt als Heidchen-Sustanz. Und der Zustand bei den entgegen der Grundschen Regeln, das Zentral-Ion, die größmögliche Tal und die Fase D-Elektronen, besitzt als Low-Spin-Sustanz. So, wenn das Elektron von High-Spin-Sustanz in den Low-Spin-Sustanz unbegeht, wird Energie gewonnen. Dieser entspricht genau den Energiewertrag-Weltag. Ist das Elektron nun aber in Zustand geringer Energie angelangt, so muss es mit den D-Elektronen 400-Elektronen part werden. Dies erfordert die Fase D-Elektronen-Energie viel. Und wenn der Energie betrumpf, geringer ist als die Fase D-Elektronen-Energie. So, instead ein High-Spin-Komplex. Aber wenn der Energie betrumpf, der Energie größer ist als die Fase D-Elektronen-Energie. Die Grosse der Delta besteht aus der High-Spin- oder Low-Spin-Komplex energetisch, günstiger ist. Delta ist abhängig von der Natur der Leganden. Ordnert man die Leganden nach ihrer Planigkeit, der Orbitale auszuspalten. Erhält man eine Reihe, die spektrofemische Reihe der Leganden genannt wird. Die Eonen mit starke Leganden-Pelt aufspartum, wie die Chionik-Ionen, bilden ein Low-Spin-Komplex. Im Licht, eine Komplexe mit Chlorisch-Ionen, entsteht ein Spassel-Leganden-Pelt. Und er bilden die High-Spin-Konfigurationen von 4-2. Wir betrachten jetzt die Stabilität von Oxid-Ionen hier. Und zwei Minus-Ionen erzeugen ein relativ zu vieles Leganden-Pelt. Und später werden wir benutzen zur Bestimmung von High-Spin- und Low-Spin-Komplexe in der Kinellen. So, in dieser Tabelle sind die Beiträge der Leganden-Pelt-Stabilisierung und Energie für Okta-Erdition und Metra-Erdition-Komplexe zusammen. Man kann wissen, dass die Energie in der High-Spin- und Low-Spin-Komplexe des Okta-Erdition-Stabilisierung 1, 2, 1, 2, 3 bzw. 8, 9, 10 der Elektronen gleich sind. Hier die 4, die 7 der Elektronen, sind die Energie unterschiedlich. Und bei Low-Spin-Komplexe sind die Energieauspassungen sogar günstiger als bei High-Spin-Komplexe. Wenn wir die Summe von der Energie, hier, Okta-Erdition oder Centra-Erdition, hier, pergleichen, können wir dann sehen, dass die Reihenfolge der Summe in Centra-Erdition-Erdition-Komplexe glyde der Umge-Centra, der Okta-Erdition-Komplexe. Der Grund besteht darin, dass die Y-Orbitale, hier, eine Energie-Anheimung haben, statt die A-Orbitale. Und bei den 5D Elektronen, in High-Spin-Komplexen, gibt es keine Energieauspassungen, weil alle Orbitale genau mit ungeparte Elektronen besetzt sind. So, jetzt, ich habe gerade begonnen mit der Theorie aus Grundlagen von der Anwendung von Spinelle gesprochen, und das ist halt auch drei Faktoren erfährt, wie die Bildung von normalen, oder normalen, durch die Faktoren-Spin-Komplexen, die Einbrüsen, jetzt kommen wir zu vierten Faktoren, aber wir können sehr stabilisieren Energie. Also, bei vier, nehmen wir eine Drei auf vier und, wenn andere Strikweiser ist, ist eine Mn-Spine-Komplexe, eine Drei plus Drei mal auf vier. So, Mn-Spine-Komplexe hat uns die elektronen. Nun, die Strikweiser dann vorgleich der Energie ausbautung in der Wider-Octeider-Felt und Netra-Eider-Felt. Minus auf 0,4 hier ist die Energieabhängung mal drei, eins, zwei, drei. Plus 0,6 ist die Energieabhängung mal zwei, jetzt. Und die Summe ist gleich Null, das heißt, eine Ausbautung. Und das Gleiche passiert auch bei Betrayer-Richtern-Richtern. Und, oh ja, bei der Folie, es gibt einen kleinen Feller mit Delta-O, und es sagt Delta-O, so dass Delta-P ist. Und bei Mn-Reichluss-Ion gibt es vier D-Elektronen. Und, aber wie weiß man, ob es in High-Spin-Komplexe oder Roll-Spin-Komplexe ist? In dann mehr Woche형. Um, dass Krister peak Hi- Herausforderung ist ein wenig hocher sever. Und die Summe von Mn-Reichluss-Octeider-Richtern ist minus 0,6. Und die 2zreiter-Richtern ist minus 0,4 mal delekate. Aber auch so hier. Wir nutzen mit dem Factor 4.0 Multi-Prision, weil der Tate 4.0 Dertaboat und 3. The next we're presenting here, of the sumber diesel energy of Factor 2.0 will do for normal or deuteronösen Finan fields. Bei dem normalen Finaner ist das Mn2 plus Detragilis Coordinaire, wobei Mn3 plus Detragilis Coordinaire. Bei Mn2 plus ist der Wert 2.0, bei Mn2 plus ist der Wert minus 0.6 oder 2. Da ist minus 1.2 Bei dem Inflanzer Finaner ist Mn2 plus Detragilis Coordinaire und ein half der Mn3 plus Attragilis Coordinaire und die andere ein half ist Detragilis Coordinaire, Minus 0,8 N plus minus 0,6 minus 0,7 A Von dem Ergäffnitz können wir sagen, dass die Struktur die normalen Struktur bevorzug Well, als bei normalen Struktur, energetisch und sicherlich Finale die wir kennen gelernt haben Haben wir nur die Kombination von Metal-Kation mit Oxidation-Sulfur von Wilder-Dragon und andere Kombinationen und hier ist die Überziehung die oxidantischen Staukombinationen sind A2 plus B23 plus X4, A2 plus A23 plus X4, A4 plus B22 plus X4, A6 plus B21 plus X4 und A2 plus B21 plus X4 und dies sind die Beispiele für die normalen Finale und dies sind die Beispiele für die inferteste Finale und die Verwendung von Finale hier Erstens, als Rohsteiger zum Beispiel Magnetium, MG-IL-2O4 und ZEP-N-IL-2O4. Zweitens, als Rohstoff für Herstellung von Pherofußigkeit zum Beispiel, Eisen-2-3O5 und Cobalt-2-3O5. Ja, und die nächste Verwendung kennen wir schon auch von qualitativen Schatzpunkt, und zwar als Nachweis von Aluminium als Hennertblatt. Und auch als Nachweis von Kink als Himmelsgrün. So, und später im Präparatismus-Taktikum werden wir auch eine Verbindung intensivieren, die inner Struktur hat, und zwar Cobalt-Cherid. Cobalt-Cherid hat eine chemische Zusammensetzung von COFS-2O4. Es ist ferromagnetisch und unloslich im Wasser und verdunnte HCl. Die strukturelle Besetzung ist vor allem. Ein Achtel der Zepreiterlücken von Eisen-3-Kationen sind ZEP. Und je ein Viertel der Osteiterlücken von weiteren Eisen-3-Kationen und Cobalt-2-Kationen sind aufgesetzt. Und jetzt sind diese von Cobalt-Cherid im Labor. Wir brauchen Cobalt-Oxid als Erdung. So, Cobalt-Oxid wird durch Blühen für 3 Stunden bei 600 Grad Celsius als Cobalt-Carbonat hergestellt. Und man vermisst soziometrische Mengen von Eisen-3-Oxid und Cobalt-Oxid-Innen. Das Gemisch wird im ungratissten Zettel geblüht und 6 Stunden bei 1100 Grad Celsius geblüht. Und danach suchen wir beide Äluftel und das Produkt mit einem Magnet auf ihre Eigenschaften. Zum Schluss wird das Produkt bronzien-ohografisch und die Friedreichheit und Kristallinität charakterisiert. Das war das von Dr. Oswald. Das war das von Dr. Oswald. Wir werden das von Dr. Oswald sehen. Das war das von Dr. Oswald.